Ich bin gerne Apothekerin, weil ich die Gespräche mit den Kunden einfach liebe. Weil Leidenschaft dahinter ist, weil wir als Apotheke was bewegen möchten. Der Weg in die Selbstständigkeit für mich war dadurch gegeben, dass ich auch eigene Entscheidungen treffen will, die man einfach als Ansteller nicht treffen kann. Ich will da mein eigener Herr sein und will meine eigenen Wege gehen. Selber zu entscheiden über den Apothekenbetrieb, über die Zukunft der Apotheke. Das Bild an Apotheke, was ich habe, auch zu leben. Das ist für mich Freiheit. Da gibt es so einen alten Spruch, der stimmt natürlich beim Apotheker auch. Selbstständig heißt, der Chef arbeitet ständig und er arbeitet selbst. Wie das Wort schon sagt, man ist in dem Bereich schon sehr viele Stunden in einer Apotheke und kann nicht um sechs Uhr nach Hause gehen, wenn einfach Ladenschluss ist. Auf der anderen Seite hat man aber auch wieder die Freiheit, sich die Zeit zu einem gewissen Maße auch selbst einzuteilen. Die Verantwortung in unserem Beruf ist sehr hoch. Wir sind die letzte Instanz. Bevor der Patient sein Medikament bekommt, wir müssen nochmal drüber gucken. Man will den Kunden ja auch gut beraten und gut versorgen. Und man hat ja auch Angestellte. Man trägt auch ein finanzielles Risiko. Für sich selbst, für die Familie, für ein Team. Dass wir den Betrieb so in die Zukunft bringen, damit auch jeder Arbeitsplatz einfach gesichert ist. Weil ich hier in Bayern bin und für mich ist wichtig, dass der Verband auch wirklich vor Ort ist. Weil nur gemeinsam als Gemeinschaft haben wir überhaupt eine Chance. Es bedeutet uns sehr viel, dass man so einen starken Partner hat. Ich möchte mich an auch wiederholen, das ist ganz schön. Es bedeutet uns sehr, dass der Verband auch natürlich auch immer das ist. Da ist ein paar Jahre. Wir sind noch immer noch nicht. Ich möchte mich an, was ich noch nicht beziehungsweise noch einmal. Ich möchte mich an, was ich noch einmal, damit auch immer noch nicht zu sein.